Egon, Kjell, danke. Los Egon, worum geht es? Vier Millionen, und zwar ein Bargeld. Jeden Tag, pünktlich, 14.30 Uhr, verlässt dieser Lieferwagen die Hauptfiliale der Bank und fährt zu den verschiedenen Zweigstellen, um die laufenden Bareinnahmen abzuholen. Der Wagen ist gepanzert, der Chauffeur bewaffnet, und an diesem Tag fährt er unter Polizeischutz. Jeder wird wie du sagen, da ist nichts zu machen. Eben drum wird es klappen. Und da wollte Kjell kneifen. Aber nein, das war doch hauptsächlich wegen Yvonne. Sag mal, bei dir Pips wohl. Ich war schon immer dafür, Millionär zu werden. Also dann lassen Sie sich was einfallen. Ich erwarte Ergebnisse. Vier Millionen können nicht verschwinden. Erstatt der Meldung, Sir. Weder in wenigen Minuten in der glücklichen Lage sein, die Bankräuber festzunehmen. Ja, auf den Flughafen, Sir. Ja, ab wir unsuce, bis zum nächsten Mal. Ich rückg dec normalmente diesexperte Hände. Jetzt wissen Sie bis zum nächsten Mal! Dach, vor Angegnôi Laval. Bis zum nächsten Mal! Es ist ja wieder! Wenn ich mir das county vertechnischlige, erwaut das Na Hut! Besuch sich dumpfLED Training und бывamam!